ich frage mich eigentlich wann wir mal in das gebäude aus dem vor aus dem hauptmenü kommen das gibt es garantiert auch irgendwo letzte klingel der weißen es ein einhandschwert die haben mich gesehen sie hatten mich gesehen noch noch mehr sehen die hier ein sacken kann noch ein geist noch mehr schatten das ist echt keine herausforderung gerade mich da ein bisschen durch zu schnitzeln ich muss sagen das ist gerade viel angenehmer als der art rad rache ach herrje und die sind da noch waren die gerade auch noch verstümmelt also das spiel ist auch nichts für zart beseitete definitiv nicht jetzt können wir hier lang gehen also die grabes inseln so gut wie möglich absuchen noch in der aufnahme zwischen würde ich gerne deswegen habe ich auch gerade vorhin auch grotte der echos hier könnten wir richtig sein für eva rias da mauer vor dir steht stolz und reglos da er lächelt breit und zeigt dabei mehrere schiefe sowie fehlende zähne wie kann man fehlende zähne zeigen sein körper ist der eines junges mann ist doch seiner schöpftes und falliges gesicht scheint älter zu sein er ist in einem sammelsurium aus zusammengefliegten fällen und pelzen von den unterschiedlichsten tieren gekleidet von seinem gürtel hängen mehrere blutige skypes und fährige knochen geflochten haarsträhne von menschen äderianern zwergen und orlanern er mustert dich mit einem grinsen doch sein blick kommt rasch auf hier varias zu ruhen und er neigt den kopf als er den orleaner vom kopfbefuß betrachtet nenn mal dich kleiner dein geruch ist mir vertraut durch den namen nicht bekannt er war erst tritt vor streckt seine brust heraus und verschreckt die arme ich bin hier varias für kind der frischer kranich adept der harbicht und efeu das habe ich und efeu zirkels wanderer von vereta seine stimme ist laut und triumfalt doch kaum hat er seine vorstellung abgeschlossen tritt einen schritt zurück und flüstert ihr zu so formell der war vor euch räuspert sich ein katzenartiges kronen tief aus seiner brust einen augenblick lang stellt er seine haare auf die varias passend er streckt seine rechte hand aus und beugt die finger lange schwarze krallen schießen unter den schmutzigen fingerlingen hervor er rollt den kopf nach hinten und damit tief ein und seufzt lächeln das würde einen wohligen geruch wahrnehmen du musst es freunde mitbringen ja schweigen aber sie beide beobachten du entspannst deine augen bis dein verstand in den gleichen frequenz schwingt wie das unsichtbare summen der seelen der mauer produziert eine blendende aura aus rot gold und orange der abschein umgibt seine gewaltige gestalt wo seine füße den boden berühren sich sein netzwerk aus wurzeln und adern das von seinen füßen ausgeht und tief in die erde versinkt du blickst die varias und siehst wurzeln auf seinen füßen ragen wie spiegelbilder der ranken die aus skatten wachsen diese wurzeln der seelenergie treffen sich zwischen zwei männern und schlängeln sich dann als eine knorrige wurzel tief in der erde du spürst dass diese zwei männer getrennte seelen besitzen aber eine gemeinsame vergangenheit sie sind ein albzweig in einer ansonsten durchgehenden linie ihr zweiteil dieselbe vergangenheit hat aber getrennte seelen in euch eine gemeinsame vergangenheit scannen kratzt sie an seiner fettbesetzten wange eine holprige analogie der der ich in meinem letzten leben war wurde in meinem kreislauf der wiedergeburt verringert vergoldert damit dieser kümmerling leben kann kümmerling die war erst rund zu die stirn bald die fäuste so fest zusammen dass du eine kakophonie knackender fingergelenk gehörst und es ist nicht deines oder es ist nicht deine seele und ja nicht direkt jedenfalls der stopper über seinen gedanken und zentrum verpufft hatte herbst täglich aufgesucht aufgesucht geprüft geformt das wäre die richtige sichtweise scannen blickt die wahres abfächern ich dachte bisher bisher es sei eine auszeichnung doch anscheinend kann sogar ein halbwüchsiger halbmann sie erlangen das nimmt jedoch einiges von ihrem glanz will ich meinen halbmann die war erst mit den zornig an sein gutes haut gezuckt und sein feld sträubt sich große worte von einem mann der gleich an seinem eigenen blut erstiegen wird was willst du von ihr variast dass er was er von mir will vervollständigung er laden langsam aus und beobacht die variast galeraine hat uns beide mit den streifen eines wahren raubtiers gesegnet es ist unsere bestimmung die schwachen auszulöschen und dafür zu sorgen dass nur die streifen sich vermehren er schlägt mit einem dumpfen geräusch die feuchte zusammen wir müssen uns um gott er blickt die war jetzt augenkleber und schüttelt den kopf meinen gott ehren indem wir tun was der hund gebietet stellen wir fest wer das recht hat galerains boot zu sein die war jetzt ist es das was du willst wir können ihn besiegen geben einfach den befehl lässt du zu dass er somit hier redet die variast knurrt sein feld sträubt sich und er läuft und es leuchtet einen augenblick lang gelbe und orangefarbenen strähnen darauf darin auf ich habe darum gebeten jäger zu sein ein gewöhnlicher jäger der gebeten wird das abendessen zu verfolgen und zu erlegen ich habe nicht darum gebeten weil hatte ich zu diesem augenblick geführt damit du verstehst nicht damit wir haben was du hast gerne um stärke gebeten und bist täuscht dass du mehr bekommen hast als du wolltest äh whale oder galerain whale die war jetzt kichert eine gerechte kritik er fährt mit der hand über das band seine augenklappe seine finger gleiten über das silberne whale muster das über seinen zerstörten auge ruht nach einem augenblick des schweigens richtete sich auf und ein lächel schleicht in sein gesicht und ich bin froh dass wir gekommen sind sein ton ist überraschend optimistisch galerain hat mich mit einer gabel gesegnet mein stamm sieht das anders was geschehen ist es geschehen er blickt scannen an und kratzt sich am kinn und wenn ich in diesem seelenverwandten und wenn ich diesen seelenverwandten auslösen muss um zu etwas größerem zu werden nun nach solcher größe trachte ich nicht scaven blickt ivarious scannen blickt ivarious grimmig an und du glaubst du kannst einfach weg gehen wenn ihr alles kein grund zum kampf hat habe ich ihn auch nicht klingt zu mir zu sehr parallel mäßig willst du dich wirklich nicht nur mit einem helfttägig am besten sondern auch mit jenen die verrückt genug sind sich mit ihm anzufreunden nein ich denke wir müssen dich zuerst töten nehmen wir das mittlere das klingt nach haakrim scaven studiert seinen gegnern lässt die schultern sacken ich würde mich mit dem helfttägig allein messen wie keller wenn es vorgesehen hat doch wenn er nicht vor dem herzen kämpft gewinnt der sieger keine ehre er spuckt eine gewerte auf dem boden lauf nur davon lauf nach hause und sucht eine gd italien ich warte hier scaven wendet sie von dir ab bei scaven sitze bemerkung bleibt die war es mit dem gehen stehen meine gonaden und nun als ich sie zuletzt sah die ausreden lassen stecken sie in deiner mutter empfängt sie um diese uhrzeit noch freier ich könnte sie ihre beine spreizen lassen und das ist jetzt unpassend gewesen ok ein paar stellgeare sind kein problem der da ist er das problem kommt verwandelt ich doch auch weiter ins deck hier und dann gucken wir mal welche der stärkere ist ok er ist schon tot ok das hat doch mehr weh getan als man gedacht hat die war ja stauft und keucht sein eines gutes auge blickt star auf skeftens leichnam er wippt auf seinem fußball fuhr zurück während er von seinem feld blut und schweiß herabtropfen während von seinem feld blut und schweiß herabtropfen vielleicht erwartet er dass sich der leichnam wieder erhebt wie fühlst du dich amüsiert vermute ich weh zeigte mir dass gary meine gebiete beantwortete er machte mich zu dem großen jäger der ich immer werden wollte das zerfleischen war keine bestrafung nur eine sehr sehr schwere prüfung die varia schaut auf skeftens körper hinunter und grenzt und ich glaube weh hat mir jetzt gerade gezeigt was aus mir werden wird wenn ich dieser facette meines lebensfreien lauf lasse untersuchen wir mal den leichnam während sich deine augen entspannen und deine ohren sich an das zum der unsichtbaren gewöhnen siehst du einen wirbeln haufen aus rotem, orangen und gelben blättern der wettersturm fliegt auseinander und die blätter treiben ins ungewisse davon als skeftens effizienz verblasst siehst du eine handvoll hivarias und kreisende herbstblätter während seine seele in kühnerem orange leuchtet sind wir hier fertig ja ich habe jetzt genug von gallowains test und prüfung selbst wenn ich jeden anderen mann bezwingen könnte den mann des hebst dergier trägt was genau bringt mir das ich bin nicht mehr mit dem herzen bei der jagd wie ich es früher war er betrachtet skeftens verstümmelte leiche und schild seinen kopf und das ist fast eine schande da ich ein ziemlich fantastischer und dennoch bescheidener jäger bin aber meine frage zu beantworten ja ich bin hier fertig während er fortzugehen beginnt wirbelte plötzlich herum und murmelt bevor ihn die geier erwischen er geht es das geht noch hinüber fast mit einer hand den mund des toten mannes und zieht mit aller kraft an sehn und knorpel reißen begleitet von blut von denen bis er schließlich den unterkäfer in der hand hält ich dachte ich sollte mir ein erinnerungsstück mitnehmen als er den blutüberströmten Trophäe betrachtet er rötet er lächelnd was zur hölle ist nur falsch mit dem äh man ja ein ring der abwehr brauchen wir nicht unbedingt außergewöhnliche rohrhautrüstung stegia zähne und ne kriegssachst ok so das heißt hier ist nichts mehr da können wir noch mal kurz hier runter gucken hier sieht es aus nichts außer Wasser und das sieht schon irgendwie ein bisschen aus wie die ähm wie die tempel aus dem tempel wollte ich schon sagen wie das ding aus dem hauptmenü gräberfelder ja dann bleibt nur noch die große treppe hier drüben aber ich denke mal bevor wir jetzt hier die große treppe rauf gehen ja wir können noch äh nö kein interesse danke ok er hat mich gesehen das hat nicht funktioniert wir müssen etwas anderes versuchen gut dann können wir kurz rauf gehen willowwisp nö gut dann würde ich sagen speichere ich hier jetzt erstmal spielstand speichern spielstand speichern das wäre dann jetzt mittlerweile lp 36 und speichern und dann sehen wir uns gleich wieder auf